Die meisten Adjektive, Adjectives, kann man steigern, um Menschen, Dinge oder Situationen miteinander zu vergleichen. Die erste Steigerungsform, etwas ist beispielsweise größer oder kleiner als etwas anderes, nennt man Comparative. Die zweite Steigerungsform, das größte oder kleinste beispielsweise, Superlative. Gebildet werden diese im Englischen im Regelfall ganz einfach. Beim Komparativ durch Anhängen von ER, Small, Smaller. Der Superlativ entsteht durch Anhängen von EST, Small, Smaller, Smallest. Genauso geht es bei COLD. COLD, COLDER, COLDEST. Was die Schreibung angeht, gibt es wieder ein paar Besonderheiten beim Anhängen von ER, die Sie bereits von der Bildung des Simple Past beim Anhängen von ED kennen. Wenn ein Wort auf E endet, wird kein weiteres E angehängt, zum Beispiel Nice, Nicer, Nicest. Das vorhandene E wird dafür hörbar. Eine weitere Besonderheit betrifft Wörter, die auf Y enden, also beispielsweise Happy. Es wird zu Happier und Happiest. Das Y am Ende wird zu IER bzw. IEST. Einzelne Konsonanten nach kurzen Vokalen werden verdoppelt. Zum Beispiel BIG, BIGGER, BIGGEST. Ein paar richtige Ausnahmen gibt es darüber hinaus auch noch. Zum Glück nicht viele. GOOD ist ein solches Wort. Wir können sagen, Paul was good. Schließlich hat er die Bronze-Medaille gewonnen. Besser als gut war Tom, im Englischen better. Und schließlich der Gewinne. Bill was the best. Wie vergleicht man nun Dinge im ganzen Satz? Schauen wir uns nochmal das Siegetreppchen an. Wir können sagen, Bill was faster than Tom. Das Vergleichswörtchen heißt than. Achten Sie auf die Schreibung mit A. Wir können aber auch noch anders vergleichen, sozusagen negativ, indem wir betonen, dass etwas nicht so viel war wie etwas anderes. Um bei unserem Beispiel zu bleiben. Hier hieße es, Paul was less fast than Tom. Diese Form ist noch unkomplizierter, weil die Adjektive immer unverändert bleiben, egal wie lang sie sind und mit welchen Buchstaben sie enden. Manchmal möchten wir auch ausdrücken, dass etwas genau gleich ist. In unserem Beispiel ist es Paul, für den die Bronze-Medaille ein genauso großer Erfolg ist wie für Tom die Silber-Medaille. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Video ein wenig helfen. Bleiben Sie dran! Your English is getting better and better and better.